Hallo zusammen, in diesem Video möchten wir euch die neuen Softwarefunktionen unserer Softwareversion 0.1.107 im Detail erklären. Es ist jetzt fast schon ein Jahr her, seit wir das letzte Softwareupdate gemacht haben. Wir haben inzwischen wieder vor allem von den doch nun inzwischen schon vielen Nutzern da draußen, die die Toilette auch schon seit über zwei Jahren im Einsatz haben, sehr viele wertvolle Rückmeldungen bekommen, gerade in der Langzeitverwendung der Toilette. Und genau um diese zwei Verbesserungen oder um die Hauptverbesserungen, die wir in der Software implementiert haben, soll es heute gehen. Das ist einmal das Thema Wartung, sprich PTFE-Bandwechsel und das andere Mal, es ist das Thema, wie gehe ich mit Schlupf um in der Toilette. Da schauen wir uns im Detail jetzt an, was die neue Software uns für Verbesserungen bringt. Als erste Verbesserung in der Software haben wir die Information mit implementiert, ab wann das PTFE-Band gewechselt werden muss. Und zwar ist es so, dass bei 1750 Zyklen ab jetzt immer die Meldung PTFE-Band kommt. Und das bedeutet, dass das PTFE-Band ausgetauscht werden muss. Die könnt ihr einmal wegklicken. So, und dann kann ganz normal wieder der Prozess gestartet werden und nach ein paar Zyklen kommt diese Meldung wieder. Wenn der Deckel geöffnet ist, habe ich weiterhin die Möglichkeit, über die kleine Taste in mein Menü zu kommen und sehe hier die totale Anzeige an Zyklen und gleichzeitig auch, wie viele Zyklen auf meinem PTFE-Band sind. Nicht erschrecken, hier sind 914 drauf, weil das eine Testsoftware ist, damit wir euch zeigen können, wie ihr den Counter auch zurücksetzen könnt. Das heißt, in der Softwareversion stehen dann hier 1750 Zyklen und indem ich einfach den Deckel öffne, in dieses Menü gehe, kann ich dann die Fail-Taste betätigen. Die halte ich gedrückt und dann wird mein Counter wieder auf 0 zurückgesetzt. In der Benutzung hat es den Vorteil, nachdem das PTFE-Band gewechselt und der Zähler auf 0 zurückgesetzt wurde, dass von da ab wieder die nächsten 1750 Zyklen das Ganze mitzählt. Und ihr immer wisst, wie viele Zyklen habt ihr auf dem PTFE-Band und es wird euch immer zu gegebener Zeit angezeigt, wann es wieder gewechselt werden muss. Der totale Zyklen-Counter, der läuft weiterhin nach oben. Das heißt, ihr habt immer die aktuellen Zyklen auf dem PTFE-Band und auch die totalen Zyklen auf eurer Glesana C1. Der eine oder andere von euch hat bestimmt gemerkt, dass hier eine rote 0 auf dem Display am Bedienpanel steht. Das ist bei den aktuellen Softwareversionen nicht der Fall. Und da kommen wir auch schon zur zweiten Verbesserung. Wir haben, angenommen durch die Rückmeldung von den Kunden, die Möglichkeit vorgesehen, dass wenn unser Zähler auf 0 ist, dass die Folie dann nicht mehr durchgefördert wird. Man muss dazu kurz erklären, warum das der Fall ist. Wenn wir uns diesen Folienliner anschauen, dann ist es folgendermaßen. Ihr seht, die Faltungen hier halten diesen Folienliner einmal auf der Folienkassette. Wenn zu viel Gewicht in dem Folienliner ist, dann wird dieser über das Gewicht nach unten gezogen. Alternativ kann es beispielsweise auch sein, wenn ich eine Kette produziere und hier Gewicht habe und dann mit meinem Fahrzeug Kurvenfahrten mache, dann zieht es das durch das Moment nach unten. Das bezeichnen wir als sogenannten Schlupf. Also Folie, die nach unten gezogen oder transportiert wird, ohne dass aktiv die Rollenmotoren sich bewegen. Aus diesem Grund ist jeder Folienliner 60 bis 80 Zentimeter länger als der Wert, der in der Software eingestellt ist. Das bedeutet, diese Überlänge soll eigentlich dazu da sein, um den Schlupf zu kompensieren, der ab und an entstehen kann. Wir haben tatsächlich aber auch sehr viele Kunden, die zum Beispiel viel Einzelbeutel produzieren oder bei denen der Schlupf nie zu tragen kommt und die haben dann immer am Schluss noch eine gewisse Restmenge. Um aus dem Leiner auch wirklich jeden letzten Millimeter an Folie noch verwenden zu können für die Produktion von Beuteln, haben wir uns entschieden, dass wenn der Zähler auf Null geht, dass wir dann trotzdem noch Beutel produzieren können. In der Vergangenheit war die Idee immer, wenn er auf Null ist, haben wir noch eine gewisse Schlupfkompensation. Da muss die Restmenge durchgeführt werden oder durchtransportiert werden, um nicht Gefahr zu laufen, dass der Sack ins Leere fällt. Jetzt haben wir die folgende Situation, wenn der Zähler auf Null ist, dann habt ihr weiterhin die Möglichkeit, hier trotz der Anzeige Null, Beutel unterschiedlicher Größe zu wählen. In dem Moment ist es in eurer Verantwortung tatsächlich auch zu schauen, ist noch genügend Folie da drauf. Hier gibt es eine wahnsinnig gute Faustregel und zwar, wenn ich den Folienleiner entnehme und die Faltungen zähle. Ich kann davon ausgehen, eine Faltung entspricht der Größe eines XS-Beutels. Also das ist eine Sache, wo ihr ein bisschen darauf achten sollt. Wir arbeiten daran, für die Zukunft noch eine visuelle Markierung in der Folie zu implementieren, sodass man ohne das Herausnehmen des Liners auch das Ende erkennt und so quasi das Maximum an Folie oder Maximum an Beuteln von jedem Liner produzieren kann. Über die Bedruckung werden wir tatsächlich aber noch informieren, sobald wir das in unseren Produktionsanlagen implementiert haben. Aber das sind die zwei Verbesserungen. Nummer 1, die Anzeige des Wechsels des PTFE-Bands und Nummer 2, dass ihr auch, wenn der Zähler auf Null läuft, trotzdem noch Beutel produzieren könnt. Parallel haben wir im Hintergrund dann noch ein paar Kommunikationsthemen verbessert. Nichtsdestotrotz sind es die zwei großen Rückmeldungen, die wir über das letzte Jahr von euch als Kunden und von den Glesaner C1-Benutzern bekommen haben. Und wir freuen uns, dass wir die mit der Software-Version 01.107 dann auch wieder an all diejenigen, die bereits die Glesaner C1 haben, über das Software-Update rückgeben können. Und gleichzeitig freuen wir uns, dass auch jeder, der die Glesaner C1 ab Juni kauft, schon in den Genuss der Verbesserungen von den Leuten kommt, die bereits erprobte Glesaner Nutzer sind. Und die Details, was sich alles im Detail mit der Software-Version 0.1.107 geändert hat, findet ihr, wie gehabt, bei uns auf der Website im Software-Update-Bereich. Da findet ihr auch die Release-Notes, wo quasi alles detailliert aufgeführt ist und auch nochmal die Anleitung mit Beschreibung und einem Video, wie genau das Software-Update umzusetzen ist. Viel Spaß damit! Vielen Dank!